Die Kuwaiti Premier League ist die höchste Spielklasse der Kuwait Football Association, also des Kuwaitischen Fußballverbandes, und wurde 1962 gegründet. Al-Arabi hat bisher am häufigsten den Titel geholt, der Verein gewann die Meisterschaft bis jetzt 16 Mal. Aktueller Meister der Kuwaiti Premier League ist Al-Kuwait SC. Geschichte Zur Gründungszeit bestand die Liga zunächst aus Mannschaften von Highschools, Universitäten oder der Polizei. Al-Arabi war eine der Ausnahmen und dominierte mit Start der Liga die 60er Jahre. Die erste Meisterschaft 1962 gewann der Verein ohne Punktverlust und verteidigte 1963 den Titel. Ab der Saison 1963-64 ging nur noch Sport- und Fußballvereine an den Start. In den 1970er Jahren dominierten abwechselnd Al-Katschir Kuwait und Al-Kuwait Kaifern die Liga. Beide Vereine bildeten mit ihren Spielern die Grundlage für die goldene Generation der kuwaitischen Fußballnationalmannschaft. Spieler wie Yassim al-Jakab, Hamid Bouhamid, Faisal al-Dakhil, Abdulaziz al-Anbiri und Ahmed al-Tarabuli trugen dazu bei, dass die Nationalmannschaft 1976 Dekasekundenfinale der Fußball-Asien-Meisterschaft erreichte und 1980 gewann. 1982 qualifizierte sich die Auswahl für die Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien. Die Dekade der 1980er gehörte wieder Al-Arabi mit sieben gewonnenen Meisterschaften. Zu Ende der Saison 1989-1990 still gewann mit Al-Jara der erste Verein, welcher nicht aus Kuwait stattstammte. 1990 fand wegen des Golfkrieges keine Meisterschaft statt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit der Liga zu Veränderungen. Mal spielte man mit 14 Mannschaften, mal mit sieben oder acht. Modus Ausgetragen wird die Liga mit acht Mannschaften in Hin- und Rückrunde, wobei jede Mannschaft gegeneinander antritt. Der Meister und der Pokalsieger qualifizieren sich für den AFC Cup. Der Letztplatzierte der Liga steigt in die 2. Liga ab. Vereine der Saison 2012-2013. Die Saison 2012-13 begann am 14. September 2012. Bisherige Meister. Summe der Meisterschaften. Die Anzahl der Meistertitel, den die Vereine bisher errungen haben. Siehe auch. Liste der höchsten nationalen Fußballspielklassen. Liste der Liga sind die 1. September 2012. Die Anzahl der Meisterien. Die Anzahl der Meisterien. Die Anzahl der Meisterien. Untertitelung des ZDF, 2020